Eine Steuererklärung lohnt sich. Mehr als 1000 Euro bekommt im Schnitt jeder Steuerpflichtige durch die Abgabe der Steuererklärung vom Finanzamt zurück. Willst du das auch? Dann bleib jetzt unbedingt dran, denn in diesem Video, da klären wir die wichtigsten Fragen. Welche Fristen gibt es bei der Steuererklärung? Wie funktioniert das mit den Werbungskosten? Und mit welchen Tricks holst du dir noch mehr Geld vom Finanzamt zurück? Das und noch mehr lernst du jetzt. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Felix von Finanzen der Drahtgeber. Wer muss denn eigentlich eine Steuererklärung abgeben und wer nicht? In einigen Fällen bist du dazu verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. Zum Beispiel, wenn du Freiberufler, Gewerbetreibender oder in irgendeiner Form selbstständig bist. Das gleiche gilt, wenn du im Jahr mehr als 410 Euro an Lohnersatzleistungen oder Nebeneinkünften erhalten hast. Dazu zählen zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder auch Mieteinnahmen. Als Angestellter wiederum ist es dir unter bestimmten Umständen freigestellt, eine Erklärung abzugeben. Wir von Finanzen der Drahtgeber empfehlen dir allerdings, mach auf jeden Fall eine Steuererklärung. Denn, ich habe es ja schon erwähnt, oft gibt es mehr als 1000 Euro vom Finanzamt zurück. Je nachdem, in welcher Lohnsteuerklasse du bist, musst du übrigens auch eine Steuererklärung abgeben. Das gilt zum Beispiel für die Klassen 3 und 5. Wie du vielleicht weißt, gibt es bei der Steuererklärung Abgabefristen. Die Steuererklärung 2022 musst du spätestens am 2. Oktober 2023 abgeben. Wenn du dir einen Steuerberater nimmst, dann verlängert sich diese Frist bis Ende Juli 2024. Generell gilt, falls du diese Fristen nicht einhältst, dann kann es sein, dass das Finanzamt dir einen Versäumnitzuschlag berechnet. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn du merkst, dass du die Frist nicht einhalten kannst, dann kannst du beim Finanzamt auch eine Fristverlängerung beantragen und begründen, warum du mehr Zeit brauchst, etwa weil du längere Zeit krank warst oder weil du umgezogen bist. Wenn du freiwillig deine Steuererklärung abgeben möchtest, dann hast du sehr viel länger Zeit, nämlich zum Beispiel im Fall der Steuererklärung 2022 bis Ende 2026. Wenn du noch nicht viel Erfahrung mit dem Thema Steuererklärung hast, dann habe ich jetzt einen Tipp für dich, wie du dir ganz einfach Hilfe holen kannst. Und zwar in Form einer Steuersoftware. Da gibt es wirklich gute Programme, die dich Schritt für Schritt durch den Steuerdschungel führen. Die Kosten dafür, die liegen meistens im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich. Das ist gut investiertes Geld, das du übrigens bei der nächsten Steuererklärung dann auch wieder absetzen kannst. Ich kann dir das wirklich persönlich empfehlen. Ich habe es nämlich selbst schon ausprobiert und es war wirklich eine große Erleichterung und vor allem auch eine Zeitersparnis. In der Videobeschreibung, da habe ich dir mal ein paar gängige Steuersoftwares verlinkt und auch unseren Ratgeberartikel. Da testen wir mehrere Programme auf Herz und Nieren. Alternativ dazu kannst du dir natürlich auch einen Steuerberater nehmen oder in den Lohnsteuerhilfeverein eintreten. Da kannst du dich dann auch beraten lassen. Aber was kannst du denn eigentlich alles von der Steuer absetzen und was heißt das genau? Der Teil, bei dem du dir am meisten Geld zurückholen kannst, das sind die sogenannten Werbungskosten. Das sind die Kosten, die rund um deinen Beruf entstehen. Was alles dazu gehört, das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Fangen wir an mit dem Thema Fahrtkosten. Also den Kosten, die dir für den Weg zu deiner Arbeit entstehen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Option 1 ist die Entfernungspauschale. Die beträgt im Jahr 2022 immerhin 38 Cent pro gefahrenem Kilometer. Wenn du also einen langen Anfahrtsweg hast und mit dem Auto fährst, dann kommt da ganz schön was zusammen. Die zweite Option, wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, du kannst die Kosten für Fahrtickets geltend machen. Ein weiterer Punkt, der sich richtig lohnen kann, ist die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Du kannst für jeden Tag, den du im Homeoffice gearbeitet hast, 5 Euro absetzen. Der maximale Betrag für das ganze Jahr 2022 sind 600 Euro, also 120 Tage. Merk dir aber schon mal vor, für die Erklärung 2023 steigt die Homeoffice-Pauschale auf 6 Euro pro Tag und maximal 1260 Euro. Wichtig an dieser Stelle, für die Tage, die du im Homeoffice warst, darfst du natürlich keine Entfernungspauschale angeben, denn da hattest du ja keine Fahrtkosten. Neben Fahrtkosten und Homeoffice-Pauschale gibt es noch ein paar weitere Posten, bei denen du ordentlich was von der Steuer absetzen kannst, zum Beispiel bei den sogenannten Arbeitsmitteln. Angenommen, du bist Lehrer und brauchst viele Büromaterialien, also zum Beispiel Schreibblöcke, Fachbücher und so weiter, dann darfst du die Anschaffungskosten dafür in der Steuererklärung angeben. Das gleiche gilt, wenn du dir aus beruflichen Gründen einen neuen Computer anschaffst oder einen neuen Schreibtisch. Generell kann man sagen, alles, was du aus beruflichen Gründen kaufst, kannst du absetzen. Allerdings gibt es auch hier Maximalbeträge. Und zwar darf das einzelne Arbeitsmittel höchstens 952 Euro gekostet haben. Wenn ein Produkt mehr kostet, nehmen wir als Beispiel mal ein teures Musikinstrument, dann gibt es einen Trick, dann kannst du nämlich die Kosten über mehrere Jahre abschreiben. Das heißt, du kannst jedes Jahr einen Teilbetrag in deiner Steuererklärung angeben. Bei Computern und auch zum Beispiel bei Kameras oder auch bei Monitoren, da gilt diese Obergrenze von 952 Euro wiederum nicht. Die darfst du sofort in voller Höhe absetzen. Ebenfalls zu den Arbeitsmitteln gehört unter anderem auch Berufsbekleidung oder auch Werkzeug. Das kann sowohl die Bohrmaschine vom Handwerker sein, als auch die Schere vom Friseur. Was zählt noch zu den Werbungskosten, die du bei der Steuer angeben kannst? Hier kommen ein paar Punkte, die du vielleicht noch nicht kanntest. Wenn du in einem Berufsverband oder einer Gewerkschaft Mitglied bist, dann kannst du die Mitgliedsbeiträge absetzen. Das gleiche gilt, wenn du eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast. Auch hier kannst du die dafür fälligen Beträge geltend machen. Wenn du überwiegend daheim arbeitest und dafür in deinem Zuhause ein extra Arbeitszimmer eingerichtet hast, dann kannst du sogar einen Teil deiner Miete und deiner Nebenkosten absetzen. Und wenn du dein privates Internet und dein Handy für berufliche Zwecke nutzt, dann kannst du das mit insgesamt 20 Euro pro Monat, also immerhin 240 Euro im Jahr, bei der Steuererklärung angeben. Was viele auch nicht wissen, wenn du deinen Job wechselst und dir dadurch Kosten entstehen, dann kannst du die ebenfalls von der Steuer absetzen. Konkret geht es dabei zum Beispiel um die Kosten für Bewerbungen, also zum Beispiel Bewerbungsmappen und auch die Reisekosten, die entstehen, wenn du zum Bewerbungsgespräch fährst. Und wenn du einen neuen Job in einer anderen Stadt antrittst und deshalb umziehst, du kannst es dir vielleicht schon denken, dann kannst du auch die Kosten für das Umzugsunternehmen absetzen. Kanntest du diese Tricks schon? Wenn du noch mehr Steuerspartipps kennst oder deine Erfahrungen mit Steuererklärungen mit uns teilen willst, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter das Video. Wir tauschen uns gerne mit dir aus. Und bevor ich gleich noch zwei weitere wichtige Steuerspartipps für dich habe, vergib am besten direkt noch einen Like und abonniere unseren Kanal. Weiter geht's mit dem Thema Steuerklassen. Als unverheirateter Single bist du in der Regel in der Steuerklasse 1. Wenn du verheiratet bist, dann rutschen dein Ehepartner und du automatisch beide in die Steuerklasse 4. Letzteres ist aber oft nicht optimal. Und zwar dann, wenn einer von beiden deutlich mehr verdient als der andere. Als Faustregel gilt, sobald ein Gehalt mehr als 60% des Gesamteinkommens ausmacht, dann sollte die besser verdienende Person in die Steuerklasse 3 wechseln und die geringer verdienende in Klasse 5. Dieses Modell kennst du vielleicht unter dem Begriff Ehegattensplitting. Warum ich dir das empfehle? Also, mit dem 3-5er-Modell, da verteilst du deine Steuerlast gleichmäßiger über das Jahr. Denn das Ziel sollte ja sein, von vornherein gar nicht erst zu viel Steuern zu zahlen. In anderen Worten, wenn du am Ende einen Riesenbatzen vom Finanzamt zurückbekommst, dann heißt es ja im Grunde nichts anderes, als dass du vorher zu viel gezahlt hast. Um das zu umgehen, habe ich noch einen weiteren guten Tipp für dich. Du kannst bestimmte Freibeträge auch vorab auf deiner Lohnsteuerkarte eintragen lassen. Wenn du zum Beispiel vorher schon weißt, was im Laufe des Jahres ungefähr an Fahrtkosten oder auch an Kosten für Kinderbetreuung auf dich zukommt, dann kannst du das entsprechend vermerken und zahlst dann von vornherein weniger Lohnsteuer. Und ja, du hast richtig gehört, auch die Kosten für Kinderbetreuung sind steuerlich absetzbar. Also zum Beispiel die Kita-Gebühren oder auch die Fahrtkosten der Großeltern, wenn sie die Enkel hüten. Also du siehst, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du bei der Steuererklärung ordentlich Geld rausholen kannst. Für mehr Infos schau mal unten in der Videobeschreibung. Da findest du viele nützliche Links rund um das Thema Steuererklärung. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix von Finanzen der Drahtgeber. Sprecher